das konzept von dem stumm feiertag finde ich auch richtig richtig ich tanze war nicht tanzen will also ich meine es kann ja aber es kann ja gerne ein ruhiger feiertag sein für die leute die wirklich gläubig sind also ich bin ja nicht verbieten wie sie ihren feiertag zu begehen haben ja aber warum verbieten sie mir zu tanzen an meinem vk freitag genau das ist das ist ja what the fuck is happening drama queen das ist wieder dieses man kann übrigens mit der drohne schon das fenster glas kaputt machen dann hört man das nicht noch wir haben container drin nichts rein schmeißen durch diese auf es wird sowieso nichts reingeschmissen weil man tatsächlich sein hier ist die geilste also die 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 doch im ernst was ich hatte hier schon eben eingesehen als ich mit der dröhne hier durch gefahren werden die gerade nicht kommt man hinter die bar der bar ist auch niemand jetzt hat aber jemand von auch nicht geschossen von gegenüber oder ja also in meinen rücken rein die da einer war es tot hier oder ach so eine rede von einer brauche ich ja ja raum was gemacht ich habe überhaupt noch was im raum ist ob man sich einfach die geile nehmen kann also rechts jetzt um die ecke kann man rein in den raum ist unser perspektive ja nee nee kann man nicht muss man kurz weg wenn ich eine scheiße wir sind bei letzten ne ne wir sind noch zu dritt okay weil ich klicke hier draußen ich bin wirklich er kommt gleich raus oder bewegt sich diese drohne die ganze zeit das ist sehr merkwürdig macht das hat mich hier so geholt die geisel muss man aufhören sich zu bewegen dann würde ich mehr sehen meine güte du hast dir so eine drohne drin ja ich weiß ich stehe zwischen seinem bein ich kann sehen wie heißt nein wuuh vor w wo w w w w Rettet Warden und nachhin geholt. Das hat sich gelohnt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mann, jetzt hat der Typ Sermat genommen. Dann nehme ich... Sledge. Sledgehammer. Sledgehammer war eine Allegorie. Das heißt, du hast gerade einen Penis-Song gesungen, oder? Ja, der ganze Song und die Serie. Beides. Ja, wir sind wieder im selben Raum. Hi. Hi. Hi, Goyo. Was ist du? Wo ist Satschanka? Der macht wieder so eine Goyo-Scheiße dahin. Hat gerade eben schon nicht funktioniert. Lass du doch. Was will er denn machen? Meint er, dass... Also wenn wir die sprengen, dass er... Okay, er packt die Zwanne hin. Also immer neben dem Fenster auch. Vielleicht hofft er, dass wir damit die Geisel umbringen? Ja. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ah, das habe ich schon gesehen. Okay. Aber ich glaube, wir machen was anderes. Das Fenster war zwar cool, aber... Meinst du, geh auf hier rein? Scheiße, da hat einer links schon geschossen. Kacka. Ah, warte. Warte, 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 warte. Oh, es ist rechts auch einer. Ich mache nur mal alles auf, damit sie denken, dass wir hier überall sind. Okay. Okay. Na, der Watschan hat mich da von rechts geholt, von dieser kleinen Treppe da rechts, aber stand da eben, aber ich weiß nicht, wo der jetzt ist. Da kommt einer. Ah, 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 ah. Ah, er ist down. Bei der Geisel ist auf jeden Fall was. Mindestens zwei. Fuck. Hier ist noch diese komische Dings-Drohne. Ach. Ich bin tot. Wo war denn? Bei der Geisel brennt was. Äh, vor dem Ball-Zimmer. Warum ist da eine dumme Drohne nur so zu enttäuschen? Wow. Shit. Das war ein netter Wurf. Ich hätte rausgehen sollen. Ja, am A-stimmlich. Das ist super gemein. Guter Punkt aber. Ich weiß nicht, warum wir alles immer noch groß schreiben, aber hier ist ein guter Punkt, Ich glaube, er wollte sich den Weg sperren, dass da keiner mehr reinkommen kann. Aha. Ja. Mach mal irgendwas größer, ich kann richtig geil größer machen. Ja, hier, mach mal größer, glaube ich. Ach wohl, nee, ist dumm. Mach mal nichts. Ist doch dumm? Ja, ist doch. Oh, ist jetzt so. Okay. Lass mich, lass mich erst raus, lass mich erst... Okay, dann gehe ich dich gerne raus. Können wir hier irgendwas größer machen? Alles auch dumm, ne? Nehm den Raum mit. Ah, jetzt kommt ein Drohnezeug rein. Okay, wir haben hier hinten eine Wand, die nicht verstärkt ist. Ist ein bisschen blöd. Wir haben, glaube ich, Kali. Oh, warte, jetzt kommt ja noch ein Ding hier. Haha, weg da. Boom. Alles gut. Gibt es hier noch irgendwas zum Aufsamm... Nö. Ich kann die Tür hier auch noch zumachen, aber... Nö, lass die ruhig mal auf. Sehr eng dann, ne? Oh. Der stirbt. Oh Gott. Weiß ich nicht, von wo das reingefahren ist, das Teil. Wir haben eigentlich... Weg, weg, weg. Haupttür. Was ist die Haupttür? Ich habe einen down und einen angeschlagen. Ich stehe alle im selben Flur. Es sind alle im selben Weg hochgekommen. Ja, mach mal bitte richtig Feuer. Boah. Ich habe leider keine Kamera da. Kannst du nochmal Feuer machen? Ja. Wohin? Dahin? Ja, nochmal da vorne. Nice. Nice. Ich würde gerne wieder zumachen. Mach doch jetzt mal zu. Jetzt ist Feuer vorne. Das ist wieder zu machen. Oh. Sehr schön. Ich habe noch nicht gecheckt, von wo da hier die Dinger... Ach, da ist ein Drohnen-Schacht. Okay, verstehe. Ah. Das ist Fuse. Und es hat die Geisel gefused. Warum Fuse? Okay. Tschüss. Tschüss. Also okay. Dass das mit Goyo passiert ist, bitte. Da hat man vielleicht weniger Übersicht, weil das haben sie relativ frisch gepatcht. Wie weit das Wie weit so der Feuerspread ist Und wie viel Schaden das wirklich macht Aber Fuse ist glaube ich seit Ewigkeiten unverändert Das sollte inzwischen jeder drauf haben